Ich wollte den Vogel von deiner Hand töten. Ja, und damit mit diesem Henny-Mörderer oder Henny-Mörderer. Nur den Vogel wollte ich töten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest. The Forest. Hallo, Hanni. Aja. Was baust du da zusammen? Nix. Was fehlt dir? Ein Knochen. Warte. Warte. Ja, alles gut. Alles gut. Oh fuck, mushy close. Hast du es gehört? Ja. Okay. Ey, wieso ist der Knochen jetzt nicht drauf? Bist du der bescheuert? Nein. Ich werde mich jedenfalls mit dem Baum erschlagen. Nein. Doch. Hörst du? Ich habe gerade schon mal kurz ein bisschen weiter gebaut hier. Ich habe echt keinen Bock, dass wir jetzt hier ankommen, ne? Ich kann ja hier reingehen und uns einsperren. Ja, was im Hof war ja die zerstören, die Sachen zu tun. Ich habe das doch ausgestellt, oder? Mal kurz. Hast du zumindest gesagt gehabt, ja. Nachfangsgebäume an. Schließerlauben aus. Zerstörung von Gebäuden. Erlauben aus. BVP. Spielt der Schaden aus. Okay. Das heißt, wir können da echt dann stehen, aber Sponys wird irgendwann verhungern halt, Das heißt, irgendwann müssten wir den irgendwie versuchen zu killen. Aber, ähm. Ich guck mal, ich baue mal ein paar Fallen hier auf, okay? Ja. Wenn wir danach jetzt das Haus weiter machen, machen wir jetzt erstmal kurz ein paar Fallen hier. Äh. Äh. Wo ist hier denn noch was zu bauen gerade? Im Haus gerade gar nichts. Oh. Apropos Falle. Hm? Apropos Falle. Äh. Uns ist was in die Falle gegangen? Oder soll ich erst sagen, wir bauen erst das Haus weiter? Da ist ja die Frage, was sinnvoller ist, weil die Fallen sind halt auch nicht... Weil die Fallen kann ich halt... Eigentlich müsst ihr die erste Haus weiter bauen, oder? Äh. Ja. Eigentlich schon, ne? Scheiße. Äh. Wie krieg ich den Käfig jetzt nochmal hoch? Wie war das doch da, N? Äh. 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 Bin ich doof? Nein. Krieg ich den Käfig nicht hoch? Du kriegst ihn nicht hoch, okay. Äh. 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 Wie funktioniert das nicht? Äh. Kann ich irgendwas an den Einstellungen fänden? steuerung und nein das ist aber nicht so gut geworden wie ich mir das falsch habe bei mir standen dann schließe ich wieder auf haben wir eigentlich was für futtern hier ja das ist gut ja ein grad noch was neues auf aber ich versuche noch mal neu zu bauen verdorbenes fleisch hier kacke man verdorbenes fleisch noch mal irgendwie retten also wegschmeißen oder wie das ist natürlich gut weiß ich das jetzt mal herunter wir können ja auch fische fangen mit dem speer wir müssen nur aufpassen dass wir nicht alle fische rausholen weil dann wenn man vermeint sich hat nicht mehr wenn du alle tötest sind alle weg ja die füße sind auch schon verdorben hätte jetzt auch nicht essen sollen ich habe das jetzt alles hier hinten geschmissen sind hier denn fische drinnen ja wieso macht das immer ein höher ist das ein höher oder nicht das ist ein höher ist doch ich würde das nicht so hoch haben röchtern hier meine schildkröte ja willst du einen holen weiß ja gar nicht wo es schildkröten gibt am strand jetzt ist die frage wo ist denn der strand sollen wir zusammen loslaufen mal eben oder was wie lange ist denn noch tag war eben erst gemacht also eigentlich nicht mehr ganz so lange wahrscheinlich weil wir bräuchten halt trinken ne ich habe jetzt zwar schon auch immer schon ein paar mal hier so draus getrunken aber auf dauer ist das ja auch nicht geil ja vor allem bräuchten dafür brauche ich mir halt auch einen Ofen also einen Topf einen Topf ja ja ich weiß was wenn wir das einfach so machen wir machen jetzt noch also dann wenn wir nächsten Tag sozusagen wir können ja gleich nächsten Tag wieder schlafen und so lässt du den nächsten Tag loslaufen ja geht es von der anderen Seite aus besser vielleicht ich gucke jetzt da mal aus ja ich versuche mal noch irgendwie ein bisschen Essen ranzuholen wie macht man eigentlich so einen Bärenbeutel zwei Hasenfälle ja gut das habe ich nicht okay also ich mir das vorstelle klappt das also nicht das heißt Einzelmöglichkeit wäre ich baue jetzt meine Bräuche drin erstmal bisschen was auf mach ich das so okay ich mach sonst äh noch ein paar Bäume fern die brauchen wir dann gleich sicher ne ja also aktuell bräuchten wir hier für 69 das hätte jetzt aber komplett oh nein was denn ja komm mal gucken dann siehst du es oh ne Überdachung ja oder oder sollen wir eine Überdachung lassen hast du hier drin ja hier drin ist klar und hier draußen dann an der anderen Seite halt auch aber ja meine Überdachung wieso nicht können wir ja rein theoretisch könnte man ja hier eventuell noch irgendwie was raufstellen hier an der Seite wo bist du denn gerade draußen vorne ja gut das ist nur der Boden das Obergeschoss ne also wir gehen ja da ja ein höher ne ja ja das heißt da oben kannst du dich draufstehen natürlich auch das Problem ist aber wenn du da oben stehst und dann hier dich stehen dann kannst du dich abknallen das ist das Problem ja das stimmt also eigentlich muss ich naja komm ich brauche mit dem Eier das selber auf geht geht ab ja 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 man sieht halt echt schlecht wo die stack points sind da ja von er so oder so nicht so ahnung da könnte ich dir jetzt auch nicht wirklich helfen das ja so sind viele lücken dabei dann so machst oder wir machen das doch so wir machen einfach hier drum noch einen zaun dass sie hier gar nicht hin können kann man glaube ich auch ja kann man ja weil wir können ja hier auch so machen das könnten wir generell sowieso machen kann man mal kurz hier gucken ja hier so einen felssaun davor hier mit einem frei müssen wir machen da können wir vielleicht dann müssen wir gucken vielleicht da vorne falle oder sowas ja finde ich cool aber du hast das jetzt komplett rumgezogen ja ja da unten drunter bei dem holz sieht halt cool aus von außen weil dann ist das so eine stunde verkleidung und wir machen was auch weg müsste es dann halt bloß auch da wo die tür ist offen lassen da vorne ist ja auch in ordnung soweit aber so ne wenn dann ja dann würden wir hier auch wieder das ist gut dann lassen wir das dach einfach so ganz machen wir das einfach ganz ganz groß überall drüber ja chucky komm mal bitte auf die neben den großen baum auf der seite in das irgendwie das der zaun verpackt hatte wo ich gerade jetzt da so hinguck ach so du machst das gerade schon weg okay ach so den meinst du ja die mache ich gerade das dann können wir die schon mal bauen müssen nur gucken wir das da machen dann mache ich einfach nur den das dach drüber damit wir das hier komplett haben einfach nur hä bin ich gerade zu dämlich weiß ich nicht ich hab's ja eben auch schon gehabt kann er das nicht wegen dem 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 wow gehen müssen die reinfolge ändern wir das machen gut der steinzaun behindert glaube ich dass da dass die obergeschoss okay ja fragt nicht okay hey what the fuck hey warum geht das nicht mehr ich glaube ich habe das system gut gemacht kaputt machen ist nicht gut wow ist das dein ernst was denn nicht deiner das ist von dem dach ach so oder von dem man da oben aber wieso also jetzt haben wir den 69 stück ja jetzt hat sie damals wieder gut das heißt können wir das dach schon mal bauen beziehungsweise noch nicht komplett weil wir müssen ja nochmal gucken wir müssen ja irgendwo hier auch einen weg nach oben machen den würde ich aber auch in diesem gebiet hier machen dann aber doch kann man erst im nachhinein okay das kann man erst im nachhinein machen in dem vorigen noch nicht okay dann nicht ja das ist ja das ist das ist es das ist das ist das ist das ist dasams ist Das lassen wir weg, das Stück, ne? Ich hab da schon ein bisschen was hingelegt. Danke. Ja, 20 Stück. Hier hab ich auch noch welche. Äh, da. Sieht mehr aus. Das war, glaube ich, ein zu viel, oder? Aber es ist trotzdem schon... Ja. Hi, Jo. Hi. Wo bist du? Da noch ein Fenster. Hi. Hast du auch Steine? Äh, paar. März 5 hatte ich nicht. Aber wir haben da draußen ja schon welche gesammelt gehabt. Ja. Sollen wir den hinten? Ja, ne? Was? Den hinten wegmachen, dann können wir hier... Warte mal. Die ist gerade echt was laut. Ähm. Sound-Effekte mal ein bisschen leiser machen. Das hab ich auch gemacht. Das hab ich auch gemacht. Das letzte Mal schon. So. Also ich hab jetzt das Stück hier weggemacht. Das hier hinten. Das hintere Stück. Ja. Sollen wir jetzt schlafen, damit wir dann loshoffen können? Ja. Vielleicht. Äh. Äh. Ich warte auf dich im Bett. Äh. Äh. Ich hab Hunger. Ich auch. Und du es. Mal gucken. Ich nehme eine Echse. Oh. Nimm dir. Nimm dir. Nimm dir. Gönn dir. Jam 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 jam. So, sollen wir uns jetzt einmal auf den Weg machen? Ja. Gönnen wir sofort. Geil. So. Das ist nicht so gesund angehört. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Gut. So. Also. Also ich weiß, dass da hinten, wo wir angefangen hatten, da ist ja ein Strand. Mhm. Ich frage, sollen wir da nochmal hinlaufen? Einfach mal. Können wir auch machen das? Können auch sonst einfach mal woanders lang gehen. Ja komm. Ich schmierregal. Ich schmierregal. Achso. Sollten. Wo? Ach ne. Schmierregal. 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 Ich frage jetzt, was mir gerade auffällt, ne? Hanni? Ja? Sollen wir das in der nächsten Folge machen? Ja. Deswegen mal Dankeschön fürs Einschalten bei The Forest und bis zum nächsten Mal. Tudelü! Tschüss! Tschüss!